Jo Leute, was geht ab? Ich bin Sami wieder auf meinem Kanal. Heute machen wir neue Herausforderungen und legen die ihre Auftrag. Woche 14 und zwar platzierte Warnschilder. Vier Stück Leute und Schilder, aber sagen sie uns gleich, wenn wir in einer Runde sind. Bis gleich Leute. Ja Leute, hier sind wir schon in einer Runde und ich bin auf der Karte ganz genau hier bei Blazin Park, wo die Taschenlampe hin zeigt Leute. Und ja, jetzt müssen wir vier Warnschilder sammeln, äh platzieren. Hier sind drei und einmal in Misty Meadows sind noch eine Leute und gehen wir direkt runter. Man sieht es glaube ich, das Blaue hier, äh ganz genau hier neben diesem weißen Haus hier, äh ganz genau hier, das ist der erste Warnschild. Eins von vier, einfach hingehen, platzieren Leute, eins von vier wie gesagt. Gehen wir hier, ähm ja einfach nach vorne laufen und dann nach links und dann seht ihr das zweite Warnschild. Einfach hingehen, platzieren, habt ihr zwei von vier Leute und dann geht ihr einfach nach vorne zu das große Haus hier und dann einfach nach rechts und dann wieder nach links und dann habt ihr hier das dritte Warnschild. Einfach platzieren, habt ihr drei von vier und ich würde einfach sagen, wir sehen uns gleich, äh wenn wir in Misty Meadows sind Leute. Bis gleich. Ja Leute, hier sind wir schon in Misty Meadows auf der Karte, ganz genau hier, wo die Taschennappeln zeigt Leute und geht ihr einfach nach unten bei, äh dieses Haus hier. Hier gibt es dann noch ein Warnschild Leute. Habt ihr vier von vier, habt ihr das Haus noch abgeschlossen. Ich zeige euch noch zwei andere und dann gibt es hier noch ein, äh Warnschild Leute. Äh nehmen, nehmen diese Laden hier, Schweineladen, ähm geht einfach hier geradeaus und dann ist hier noch ein Warnschild Leute. Wird einfach hingehen, platzieren, falls die anderen bei euch verpackt sind. Und jetzt war es eigentlich so mit diesem Video und ich hoffe, dieses Video hat euch gehofft einen Gefallen Leute. Lasst gerne ein Like da, abonniert gerne meinen Kanal, lasst Leute, dass ihr keine Videos mal verpasst. Und tragt gerne meinen Creator-Code in den Itemshop ein, time-vc-gamer Leute. Würde mich echt sehr sehr freuen und schön sagen, bis zum nächsten Mal Leute. Bis dann Leute. Bis dann.